Und aus dem Berliner Studio in Kreuzberg, hallo zu einer Stunde Select MTV. Meine Güte, was haben wir heute am Programm? Nicht nur, dass am Abend dieses fette MTV-Event stattfindet, nein, wir haben eine Stunde vor uns, in der ihr Placebo-Tickets gewinnen könnt. Unglaublich, wieder mit einem allsetzt finiten Bilderrätsel. Also holt euch schon mal den Stift und den Zettel, weil es bringt schon immer was, sich das gleich mitzuschreiben und aufzuschreiben, damit man es nicht vergisst. Und jede Menge andere Themen, welche genau, die seht ihr jetzt. Ah, das Skandal-Video schlechthin. Eigentlich immer nur so Titten und Arsch. Immer überall, wo man hinschaut. Und wir wollen das heute auseinandernehmen, übersetzen vielleicht den einen oder anderen Part und reden vor allem mit Chingi darüber, was er sich dabei gedacht hat, warum, wieso. Und über sein Album und über Gott und die Welt. Und starten mit einem Mail-Wunsch, der mir gerade eben so reingereicht wurde. Das ist aber auch das kleine Schmunzeln beim Lesen. Und zwar wird jetzt gespielt für die Natascha, 17 aus Dresden, Rocking on Heaven's Floor von Jeanette. Und die grüßt alle Solarium-People-Menschen da draußen. Gebräunt sieht man einfach geiler aus. Ja, wird dann schon so sein. Jeanette jetzt.